Der letzte Kandidat unseres Semifinales heißt Alexander Sacharow und er startet mit Bursting Light von Martin Porath. Im Anschluss spielt er dann von Ludwig van Beethoven die Klaviersonate Nummer 31, Opus 110. Danach von Scalatti zunächst die Klaviersonate D-Moll, K213, danach G-Dur, K13. Im Anschluss die Sonata Romantica, Opus 53, Nummer 1 von Nikolai Mettner und zum Schluss von Sergej Prokofiev, Toccata D-Moll, Opus 11. Ich wünsche ein schönes Konzert. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Das war das Halbfinale des europäischen Klavierwettbewerbs Bremen. Die Jury zieht sich nun zur Beratung zurück und gegen circa 20.30 Uhr können wir dann online die Ergebnisse sehen. Das Finale findet am Sonntag ebenfalls hier im Sendesaal statt. Haben Sie einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Applaus 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 Vielen Dank.